Musik Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute ein Pamino aus Papier rollen. Ja, also wir werden da zuerst von bis zu euch gestanden. Die haben wir schon vorbereitet. Und jetzt zeigen wir euch, wie das geht. Also das braucht ihr nicht. Wir haben die, wie heißt es nochmal? Mikagostände. Ja, Mikagostände. Die werden von gestern vorbereitet. Und wir werden mit denen die große zweitseitige Zeitung zusammenrollen zu einer Stange. Am Ende wird, wir werden jetzt das Dach fertig machen und dann das Gestell. Und es wird so, das Dach wird so aussehen. Wir werden am halben fünf zu Dreiecken vorbereitet. Die kann ich gleich hervorheben. Die schauen so aus. Die werden so aussehen. Nur viel größer. So wird dann das Dach aussehen. Und dann werden wir aus anderen Dreiecken noch die Städte, also die Stützen bauen. Ähm, ja. Er rollt das jetzt rein. Ähm, ja. Ja. Ähm. Ja. Ähm, ja. So, hol jetzt mal die Dreiecken her. Ja. Ihr braucht, ähm, für, egal was, ihr könnt aussuchen, was ihr bauen wollt. Irgendwas könnt ihr einfach bauen. Ähm, und das, ähm, ja. Ihr könnt irgendwas aus Stangen bauen. Aus den Stangen, die wir euch jetzt zeigen werden. Wir bauen halt ein Pavillon und dann noch zeigen. Ich hab das jetzt fertig zusammengerollt. Ist zusammengerollt. Und, ähm, jetzt zieh ich diese Stange da drin aus. Ja. 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 Das könnte schon schwer werden. Das geht nicht. Wir brauchen eine Ordentliche. Na ja. Ja. Geht natürlich. Ja. Geht? Ja. 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 Okay, ähm, richtige Länge? Hm? Schau mal. Richtige Länge? Hast du die richtige Länge? Ist das die richtige Länge? Nein. Nein. Nein, leider nicht. Das ist nicht. Ja. Äh, nicht die. Wir müssen die da zurecht stellen. Wie jetzt? Wie jetzt? Habe ich jetzt die, die wir gerade gemacht haben? Die? Die, ja. Okay, okay. Ja, aber dann, dann. Okay, also. Weckneiden, ja. Äh, sie müssen alle gleich groß sein. Ähm, ja. Sie müssen alle gleich groß sein, ja. Sie müssen alle gleich groß sein, ja. Ähm, dann. 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 Geben wir dieses Klebeband. Fettband. Tickst du, egal was. Ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht, wenn du zu hoch bist. Ähm. Wir haben jetzt drei. Ist das auch ich? Halt. 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 Ja, ich nehme das. Also, ähm. Dann. Dann. Nehmen wir. Müsst ihr. Ähm. Ich will jetzt auch mal was haben. Ähm. Wir werden jetzt mit dem, ähm, mit Kreppern, ähm, es verstärken. Und dann Löcher rein machen. Indem wir es so zusammen drücken und so reinschneiden. Und dann. Also so. Jetzt so ein Dock. Und wir stecken so ein Dreieck zusammen. Also, ich hab jetzt da das Treibband unter uns. Dann brauchen wir die in mein Linnchen in die Ferre. Schneid da so. Dann drücke ich das so zusammen. Ja. Genau. Ja, das weiß ich, was ich hier mache. Ähm, dann schneiden wir hier so ein Dreieck rein. So. So. Jetzt hab ich da reingeschnitten ein Dreieck. Ja, reingeschnitten ein Dreieck. Deutsch. So. Schaut das dann aus. Und jetzt stecken wir, oder haben wir schon genug Dreieck, oder? Ja. Also, da kommt das rein. Das wird da rein. Das ist da. Ja. Das müssen wir noch zuschneiden. Und ja. Soll ich es da rein? Dann steckst du mal zusammen. Ich geb das da rein. Ich geb das da drauf. Weil das ist zu dünn. Da passt ja nichts rein. Das passt nicht da rein. Doch. Aber das passt in den Stock rein. Das geht besser da rein. Das geht besser. Das ist doch egal. Okay. Es wird nicht fehlen. Es geht. Es geht. Es geht alles. Wie? Das muss man nun zusammensetzen. Egal. Wir machen jetzt die zweite Zeit. Den anderen stecken. Damit wir ran. Brauchen. Ist das nochmal die Schere? Ach, jetzt ist es zu liebisch. Wir legen jetzt ein bisschen zurück. So. Und jetzt schneiden wir da wieder die andere Ecke rein. Damit wir dann solche Dreiecke haben. Wir zeigen euch gleich, wie wir das zusammen stecken. Das hier rollen wir jetzt so zusammen. Hier, weil das ist sehr dünn. Deswegen tun wir das hier zusammenknüllen. Und das ist groß genug. Das heißt dann völlig. Da gibt es völlig. Ja. Einmal. 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 fertig reingesteckt endlich. Ja, jetzt fertig reingesteckt endlich. Okay, das ist jetzt fertig reingesteckt endlich. Und jetzt brauchen wir wieder die Schere, damit wir das oben zurechtschneiden können. Ja, nein, passt auf. Ja, das ist die ganze Zeit fallen. Keine Ahnung. Also das haben wir jetzt zurecht geschnitten und jetzt picken wir nochmal diese Wand rundherum, damit es gut hält. Wir kleben das jetzt so dran. Äh, so? Ja, damit es... Aber ich würde es da ein bisschen länger machen. Ja, genau. Ich würde es länger machen. Nein, weil hier ist ja doppelt auf beiden Seiten, damit es gut hält. So, einmal. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Und jetzt ein zweites Band. Auf der Seite? Ja. Entschuldigung, du musst die ganze Zeit lassen. Okay, ja, das haben wir jetzt fertig. Jetzt brauchen wir das nur noch. Habe ich das? So, das brauchen wir überall noch. Habe ich das überall? Das haben wir doch überall, oder? Nein, da haben wir es. So, jetzt hält das schon ziemlich gut. Das reicht halt schon wieder. Mhm. Okay, jetzt hält es noch ein Reib und jetzt holen wir mal unsere vorbereiteten Sachen. Ja. 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 Wir haben ähm, viel vom Paroio schon vorbereitet. Sehr gut. Hältst du das mal noch, Edda? Ja, das muss ich noch weiter. So, das muss man halten, weil wir werden, wir haben, ähm, zur Hilfe haben wir uns schon, ähm, das Seile, das das zusammenhält, gemacht und jetzt picken wir das zusammen. Komm, ein bisschen zu mir, vielleicht. So, ähm, jetzt picken wir diese drei Ecken alle zusammen, damit das ein Dach ergibt. Nächst mal hin. Nächst mal hin. Ja, so? Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr aus dem hier, ähm, wir haben ein Fünfeck jetzt nur gebaut, damit es ein spitzes Dach wird, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Sechseck machen. Und daraus ein, einen Millenium, äh, einen Teifalter. Einen Teifalter. Einen Teifalter aus Daraus machen, ähm, indem ihr, das wird jetzt, dann, würde dann ein Füge so werden, und ja. So wär's dann. Und das könnt ihr dann eben noch hinhängen, aber das machen wir eben rein. Hallo. Gehst du es jetzt mal hoch in der Mitte? Wir heben es jetzt da in der Mitte hoch, damit das dann noch nicht genügt wird. Äh, die Freihest. So. Und jetzt kleben wir das zusammen. Okay, das ist zusammen. Ganz nach unten. Und dann machen wir das oben an den Ecken auch noch. Den, glaub ich, das ist auch so. Ja, ist auch so. Das hat jetzt viel gebracht. Ja. Ja. Du musst es halten. Du musst es halten. Wie er crazy ist, ob ich halte oder nicht. Mach keinen Unterschied. Doch, es macht viel Unterschiede. Am besten lasst ihr euch helfen. Weil auch von eurem Bruder oder von irgendeiner Schule. Schwester, Geschwister, Eltern, irgendwas. Oma, Opa, irgendwas. Tante, Onkel, irgendwas. Und ja, ähm, dann... Wir haben das jetzt gemacht. Wir sehen jetzt gar nicht. Ah, nee. Okay. Pick mal die Beine zusammen. Die Beine? Ach ja. Das müssten wir nochmal abschneiden. Das ist halt einfach zu lang. Das eine Teil ist zu lang. Das ist so ungerade. Okay. Und jetzt kommt die Stütze unten dran. Das ist nicht egal. Wieso ist es nicht egal, ob da oben gerät oder nicht. Okay, die Stütze werden wir dann so bauen. Wir haben hier jetzt noch drei Dreiecke. Diese drei Dreiecke. Wir werden drei Dreiecke und... Noch zwei Staffeln verwenden, oder? Drei Dreiecke und zwei Staffeln. Ist doch einfach. Aber will ich für eine Staffeln? Nein, dann... Ah, eins. Zwei. Zwei. Ja, klar. So. Ich habe dir gesagt, wir beginnen so. Ja. So. Die ersten... Zwei kommen so. Geh, du kriegst es. Du kriegst es mal. Oh nein, ich muss kurz... Oh mein feeding ist auch drauf. Ja, ich muss kurzärgen. Dienstlement. Norddeutsch. Das muss Trump fertig machen. Nein! Ich muss ja niets mal halten oder so. Ich muss die... Ich muss dirladen... So, jetzt kann man auch nichts mehr machen. So, da sind wir wieder. Wir waren jetzt erstmal und haben unser Kunstwerk fertig gebaut. Ja, das ist jetzt ein Kunstwerk. Und wir haben jetzt noch überall auf den Seiten eine Dreiecke dazu gebaut. Von der Loche, was ist das denn? Die Loche, die eignet für alles Mögliche. Ja, und jetzt sind wir da drin. Und wir überlegen uns noch, ob wir vielleicht es riskieren, eine Decke drüber zu gehen. Oder Papier, A4-Papiere drüber spannen. Ja, dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schreibt mir neue Ideen in die Kommentare. Lasst einen Halt da, abonniert und kommentiert. Auf Wiedersehen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.